Herzlich Willkommen bei CariLux! Herzlich Willkommen bei CariLux! Ich hoffe, ihr geht es allen gut, denn heute machen wir zusammen Jut mit Gardebohnen. Wir brauchen 2 kg gereicherte Jut, 2 l Wasser, 50 g Sellerie, 100 g Morte, 200 g Innen und 200 g Poratel. Wir brauchen noch 1,5 kg Gardebohnen, das ist nun aber kein frischer Geholz mit dem aus dem Glas. Dann brauchen wir auch noch 100 g Innen, 30 g Butter, 100 g Ham, 40 g Miel, dann noch ein bisschen Bohnenkraut, ein Nilschiskopf und ein Lorbeerblatt. Für den Sonnenskuh ein bisschen was zu wollen, kochen wir das Fleisch kurz auf. Wie ihr seht, das Wasser ist schön reif, da ist wahrscheinlich viel Salz dran. Jetzt werden wir das Wasser aufschütteln und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Bis gleich! Jetzt werden wir das Fleisch aufschütteln. Und jetzt werden wir das Fleisch aufschütteln. Jetzt werden wir das Fleisch aufschütteln. Und jetzt machen wir das Fleisch zurück und tippen. Und dann, aupla! Füllen wir das Fleisch bis oben hin und fütteln. Und dann lassen wir es für 45 Minuten Kuchen bis die nächste Tappe. So gehören wir den Rest gemäß dran. So machen wir den Eingekätzchen und dann lassen wir einen Tröstspiess von über 40 Minuten kochen. So machen wir mit den Gardebönen weiter. Und als nächstes werden wir Butter mit Önnen und Tham zusammen kochen. Schnappesvergieß und zwar müssen wir nach nächstes Korb an einen Lorbeerblatt und Fleisch drüben. An den Lor machen wir noch Mühl dabei. Dann lassen wir den ganzen Kochen bis es dazu besser brungelt. Das ist schon ein 1 Liter Fleischbouillon rausgeholt. Und dann könnt ihr teuren. Wir empfehlen also die Schneewiesen zu benutzen, wenn sie das Mehl für Klumpeln bestellen. Dann machen wir noch Gardebönen dabei. Bönenkraut. Dann mischen wir das. Und dann lassen wir den 15 bis 20 Minuten kochen. Bis gleich. Bis die Bahn fertig. Wir machen den Lorbeerblatt. Wir machen die Pfanne raus. Götze noch in eine Schäufe geschnieden. Und dann machen wir noch unsere Gardebönen dabei. Und dann sind wir. Hopla. Hör da. So gut wie fertig. Also ich muss mal nicht vergessen die Fiesse zu schneiden. Und das ist alles mit den Fiesse zu schneiden. Das ist ein paar Sachen, die wiriquen hier. Ich hoffe, ihr Video hat dir gefallen. Ich gefe mich sehr gerne einen Daumen, Riesse. Und ihr gebt uns unseren YouTube Kanal. Und dabei wünsche ich noch eine Zuschauer. Ich wünsche dir noch gerne einen Daumen nach. Und guter Appetit. Tschüss.